Seit 50 Jahren geht es um die Wurst. Blei, das Unternehmen, steht für Qualität und feinste Spezialitäten. Schon von jeher ist der Wursthersteller für regionale Produkte bekannt. So stammt der Ammerländer Grünkohl natürlich auch von den Feldern aus dem Ammerland. Und die Koch- und Pinkelwurst wird mit Fleisch aus der hiesigen Region hergestellt. Grünkohl und Wurst von Blei, jetzt in den regionalen Supermärkten erhältlich. Blei, die Wurst des Nordens.